hallo ihr querlinge es geht weiter mit Sherlock Holmes in Sherlock Holmes Chapter 1 wir sind auf Münzjagd und ich möchte in dieser Episode gerne die Münzen Nummer 6 bis 10 finden dazu muss ich Münze Nummer 6 weiß ich schon genau mal entdecken auf der Karte da finden wir den Hinweis und dann ist da irgendwo in der Nähe die entsprechende Münze versteckt also machen wir uns das Leben einfach Legacy Theater und dann nach Nord Nord Ost ich glaube ich laufe lieber andersrum am Theater vorbei ja mal gucken habe jetzt einige Tage nicht gespielt ob ich noch die Münz Neuronen verknüpft habe Aha hier vorne um die Ecke hier irgendwo liegt seit zehn Jahren etwas das niemand wegnimmt Vielleicht hier Fällt mir irgendwas auf Ich bin genau drauf auf der Stelle noch ein Stück hier in diese Richtung ja wenn es doch buddelt ist kann ich es natürlich nicht finden Ah hier in der Astgabel Mensch habt ihr schon gesehen Versteckte Münze Nummer 6 im Laufe der Jahre stellte ich bei meinen Ermittlungen fest dass Leute die in dubiose Geschäfte verwickelt sind eine sonderbare Obsession für Hintereingänge haben sie scheinen zu glauben dass sie an ihrem geheimen Treffpunkt für neugierige Blicke unsichtbar sind wenn sie nicht den Vordereingang benutzen eine weitere Gemeinsamkeit die viele Verschwörer haben ist eine große Leidenschaft für die Kunst das Legacy Theater im südlichen Teil von Scaladio ist daher ein begehrter Treffpunkt für Intrigen spinnende Halunken Ich habe einige Stunden damit verbracht den Hintereingang dieses Theaters mit einem Ferngas zu beobachten und so entging mir nicht wer wann die Treppen hinauf und hinab ging Nach einigen Wochen konnte ich wiederkehrende Muster erkennen was schließlich in unauffälligen Verhaftungen resultierte ich habe eine deiner Münzen in einem Spielzeugboot versteckt und es unter meinem Beobachtungsposten schwimmen lassen keine Sorge ich habe das Schiff an einem schweren Stein angebunden damit es nicht davon schwimmt zumindest nicht allzu weit also okay wenn wir davon ausgehen dass das Theater das Legacy Theater hier hinten den Hintereingang hat wie wir ja wissen dann müsste er hier irgendwo geguckt haben und unter sich schwimmt was kann was schwimmen andersrum wäre es logischer weil da diese Teiche sind aber ich meine in diesem Park wenn da ein Holzboot schwimmt das schwimmt ja nicht zehn Jahre lang das fischt sich schon irgendjemand raus tja das ist der Hintereingang hier haben wir ja die Theateraufführung rekonstruiert ich habe vorne hier einen Brunnen gesehen aber das das wäre ja totaler Quatsch da brauchst du keinen Stein das stellt mich gerade echt vor ein Rätsel der Hintereingang des Theaters ist meiner Ansicht nach genau der da von wo aus kann man den beobachten wo unter einem Wasser ist so verstehe ich das ich habe sowas noch keine Idee also auf der Karte ist hier weit und breit kein Wasser ich stehe auf den Schlauch ja ich suche mal ein bisschen die Umgebung ab vielleicht komme ich auf eine Idee wo hier Wasser sein soll und da habe ich vielleicht eine Idee wo hier Wasser sein soll direkt um die Ecke das sieht aus als wäre hier mal Wasser gewesen und da hinten ist das Theater von hier aus hier oben zum Beispiel kann man das wunderbar sich anschauen aber wo willst du denn hier noch irgendwie ein ein Boot finden ich nehme an dass es das sein muss mit einem Schlauch doch Das ist super schön. Ich möchte auch so ein Vogel haben. Im Wasser des Wartes. Klasse. So. Der putzt sein Rohr. Das klingt irgendwie komisch. Ja, das ist frischer Müll. Oh, hier. Tatsächlich. Da ist es. Das muss es sein. Stein, Boot, Schnur. Ja, komm schon. Haha. Dass die noch drin ist. Ein weiblicher Kollektor wollte diese Kino so schlecht, dass er auf meinen Vater zu verabschieden hat, um seine Mutter zu verkaufen zu verabschieden. Mycroft hat ihm die Tür gezeigt. Ein Zucchino der Republik von Venice. Dieser klingt zurück zu Marino Faliero, der sich für einen Krieg verabschiedet hat. großartige Ambition. Schöne Organisation. Ja, das war die Münze Nummer 6. Genau dort gefunden. Gut. Dann ist Münze Nummer 7 dran. War ja doch gar nicht so schlimm. Ist das Nummer 7? Hä? Das ist 5. 5 haben wir doch gemacht, oder? Ich habe doch letzte Episode 1 bis 5 gemacht. Bin ich irre? Moment, Fallmappe, bitte. Bitte sag nicht, dass ich irre bin. 6, hier 5, 4, 3, 2, 1. Okay, mir geht es gut, mir geht es gut, mir geht es gut. Wobei, wenn ich irre wäre, hätte ich vielleicht einen John. Okay, nein. Also, Nummer 7. Wo ist die? Ist die schon Richtung Altstadt oder hier unten? Ne, da unten haben wir ja auch was gehabt. Hier ist eine. Ah, das ist die Nummer 7. Nehmen wir doch die. Genau. Dann dahin. Da ist die Brücke, ja. So, Minecraft, was hast du hier getrieben? Dort unten in der Ecke. Am Ende dieser Häuserzeile. Hier. Mit anderen Worten. Genau hier. Ah, da ist das Symbol. Im Konzentrationsmodus wird das Symbol hervorgehoben. Das wusste ich auch noch nicht. Schön, dass ich das bei der siebten von zehn Münzen herausfinde. Wobei die Hinweiskapsel zu finden, war bisher nie das große Problem. Tja, ach, hier oben. Ach, dieser Müllhaufen liegt ja schon seit zehn Jahren. Es ist nicht leicht, den Menschen dieser Kultur näher zu kommen, Sherlock. Es dauerte eine Weile, bis ich mit der Mentalität der Bewohner der Altstadt zurechtkam, da sie Fremden gegenüber nicht besonders offen sind. Das Raus Ramir zum Beispiel. Die Familie verlor an Einfluss und nun hat das Haus des Adlers auf der Insel die Oberhand, da es sich an die britische Herrschaft anzupassen wusste. Die Ramirs hingegen verweigern sich nach wie vor jeglicher Veränderung. Ein Jammer, da sie den besten Kaffee im gesamten Mittelmeerraum herstellen. Ich kaufe am Morgen immer meinen Kaffee in dem Laden, der von Arbeitern der Ramirs beliefert wird und schlendere dann in eine nahegelegene Straße, von der aus man einen direkten Blick auf einen großen Turm hat. Langsamen Schrittes gehe ich stets, um das ruhige Treiben der erwachenden Stadt zu genießen. Vor einem großen Holztor, das sich auf der Straße befindet, biege ich dann nach links durch einen Torbogen ab, der zu einem Hof führt. In dem Hof setze ich mich immer unter einen großen Baum, um meinen Kaffee zu genießen und den heimlichen Gesprächen auf dem Balkon über mir zu lauschen. In den Wurzeln dieses Baumes findest du deine Belohnung. Also, ich kaufe am Morgen immer meinen Kaffee in dem Laden, der von Arbeitern der Ramirs beliefert wird. Also, wir wissen ja, dass er hier in der Nähe das immer macht. Also, da wo der Hinweis ist, in der Nähe ist auch die Münze versteckt. Das heißt, wir müssen in der Nähe hier eine Art Kaffee suchen. Wo könnte es denn hier einen Kaffee geben? Also, das wäre jetzt mein erster Ansatz. Mal gucken, ob der überhaupt funktioniert. Wenn ich hier keinen Kaffee entdecke, das traue ich mir zu, dann muss ich improvisieren. Barber, Room, Toilette, Shipping Trade. Das ist es nicht. Das sieht doch nicht so aus wie ein Kaffee hier in der Nähe. Alles klar bei dir? Hallo? Machst du auch Äther? Kann ich mich ansprechen. Fisch. Der antwortet nicht. Hat den ersten Mal anfallen. Klar antwortet der nicht. Das sieht alles nicht nach einem Kaffee aus. Das sieht alles nicht nach einem Kaffee aus. Tja, das war irgendwie mein Verdacht, dass ich schon das Kaffee nicht finde. Das ist auch kein Kaffee in dem Sinne. Das ist so ein Imbiss. Ja, hier hinten wird es zu komisch. Keine Ahnung, wo ich jetzt geraten bin. Tja, das ist alles schon zu weit weg. Ich brauche einen Plan B. Das wird so nicht. Ich finde dieses Kaffee im Leben nicht. Ach so, ich kann Passanten befragen. Das ist völlig richtig. Danke, Fallmappe. Dann muss ich mich aber wieder umziehen, weil die wollen ja wieder keinen Briten sprechen. So, das passt doch schon hier oben. Darum geht es mir. Fallmappe, das hier festtackern. Oh, hi John. Hm, sag nichts. Also erstmal zurück zu dem Ort, wo die Münze war, geradeaus und dann rechts rum. Kriege ich hin. Hier vorne. Du weißt was. Ganz bestimmt. Okay, du weißt es nicht. Weißt du was? Du trinkst Kaffee, du musst es wissen. Hallo. Ist das mit dir familiar? Natürlich, Bruder. Ich kann dir über das erzählen. Okay. Der vor mir wollte gar nicht mit mir sprechen, aber sie. Die Passantin weiß, der Kaffee-Laden befand sich in der Bazar-Road zwischen der Karawanserei Gul Afshan und der Imam Zahir Moschee. Bazar-Road zwischen Moschee und Karawanserei. Aha. Bazar-Road, okay, wo sind die? Ach, das ist hier dazwischen. Also hier, da irgendwie. Da befand sich das Café. Was sagt die Palme aber jetzt? Gucken. Dass ich das Café finde. Wobei sie sagt, es befand sich dort. Warte mal, ich kann das wegnehmen hier. Das stört. Ach nee, ich muss es immer noch festmachen. Stimmt, da ist immer noch das Symbol, das sich festtackern soll. Konzentrationsmodus. Dieser Kaffeetrinker irritiert mich. Sehr wichtig. Hat vier Kinder. Das sieht man. Konzentrationsmodus. Ah, hier. Er strickt beruflich. Ich glaube, er verkauft Kaffee beruflich. Ich nehme an, dass es das hier ist. Das wird nicht besser, das ist das Nehver. Jetzt die Schnitzeljagd. Und schlendere dann in eine nahegelegene Straße, von der aus man einen direkten Blick auf einen großen Turm hat. Eine nahegelegene Straße. Das könnte die da sein. Die da. Die da. Das ist dann schon alles, was nahegelegen ist. Ich glaube, hier unten ist, da sieht man keinen Turm. Da gibt es keinen Turm mehr. Hallo. Von hier aus sieht man nichts. Nee. Die Straße, in der ich gerade schon war. Da sehe ich auch keinen Turm. Welchen Turm soll man denn hier überhaupt sehen? Hier gibt es nicht so viele Türme in der Altstadt. Das ist ein Turm, oder? Geht das als Turm durch? Was ist denn das überhaupt? Das nehme ich mal an, dass es passt. Also, wenn das richtig wäre. Langsamen Schrittes gehe ich stets um das ruhige Treibung. Vor einem großen Holztor, das sich auf der Straße befindet, biege ich dann nach links durch einen Torbogen ab, der zu einem Hof führt. Großes Holztor auf der Straße, links Torbogen. Holztor, Straße? Links Torbogen? Nee. 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 Das hier ist ein Tor auf der Straße. Links Torbogenhof. Das passt am besten. Ich denke, hier ist immer richtig. In dem Hof setze ich mich immer unter einen großen Baum. Okay. Und oben über Balkon. Ja. Der Baum ist jetzt nicht so wirklich groß. Das ist ein großer Baum. Und über Balkon. Keine Ahnung, ob das richtig ist. Doch, ist es. Ich habe einfach mal geklickt und da war es schon. Okay. Mycroft hat mit diesem Koffer von Venice zurückgekehrt. Es war ein langer Tag, aber ich erinnere keine Geschichten. Mycroft hat nie viel über einen von seinen Tags gesprochen. Mhm. Mhm. Ein älteres Silvogrosso. Es wurde erst unter Doge Enrico Dandolo introduced und wurde schnell eine dominante Koffer von mediterranianem Einkommen geworden. Mhm. Ja. Das war Münze Nummer 7. Dort gefunden. In der Altstadt. Allerdings kann ich den Balkon nicht ausmachen, unter dem dieser Baum angeblich steht. Naja. Vielleicht meint er das ja, ist ein Balkon, ist das aber nicht. Nun gut, wir haben es. Sehr schön. Läuft. Das war Münze Nummer 7. Wo ist Münze Nummer 8? Dort. Also, der Hinweis zumindest. Von jetzt aus nach Norden. Von hier aus nach Norden. Hallo. Hallo. Okay. Wo ist denn jetzt das hier versteckt? Es ist... Da hinter den Brunnen. Oder... Ah, hier. Komm schon. Versteckte Münze Nummer 8. Das traditionelle Kaffeehaus. Gdenexel Kavehane. Ist ein beliebter Ort, um sich mit anderen Familien zu unterhalten und die aktuellsten Neuigkeiten zu erfahren. Alle Einheimischen finden sich hier ein und in diesem Kaffeehaus auf Cordona genießen sie den Schutz des Hauses Adlers. Obwohl die Lage zwischen dem Haus des Adlers und dem britischen Militär halbwegs entspannt ist, haben die Einheimischen für eine Art Sicherheitssystem gesorgt. In direkter Umgebung des Kaffeehauses wurden Symbole angebracht, bei denen es sich entweder um einen zunehmenden Mond, einen vollen Mond oder einen abnehmenden Mond handelt. Sollte es einmal zu Problemen kommen, folgen die Einheimischen an der bestimmten Abfolge der Symbole, um schnell in den Straßen der Altstadt zu verschwinden. Folge dem natürlichen Zyklus des Mondes. Beginne mit dem zunehmenden Mond. Und wiederhole diese Abfolge, bis du das Symbol auf einem Baum erreichst. Dort findest du in den Wurzeln deine Münze. Zunehmender Mond. Das ist aber der abnehmende Mond, meiner Ansicht nach. Ah, nee, warte mal, wiederum. Das ist das dunkle, der Mond, ja. Okay. Das ist der zunehmende, vollen Mond abnehmende. Aha. Okay. Lass mich raten, ich muss auch hier den festdackern und den Konzentrationsmodus anschalten. Wo ist denn hier eigentlich das Symbol? Ah, da hinten sehe ich was. Da hinten auch. Aber welches von denen ist denn das jetzt? Das sind alle drei. Ich verstehe die Systematik nicht. Ich dachte, ich sehe immer nur eins von den drei Symbolen. Was? Nochmal. In direkter Umgebung des Kaffeehauses wurden Symbole angebracht, bei denen es sich entweder, da steht entweder, um einen zunehmenden, einen Vollmond oder einen abnehmenden Mond handelt. Das ist ein Symbol, da drüben. Da ist alles dreist. Quasi. Da. Da. Das ist doch weder der zunehmende noch der abnehmende noch der Vollmond. Das sind alle drei. Das ist... Ah, na, hier, hier. Ach, geht er weg. Aha. Hier geht's dann weiter. Ach, dann ist das der Beginn. Das ist der Beginn der Fluchtroute quasi. Dann folge ich dem hier. Das ist der zunehmende Mond. Dann ist da unten der Vollmond. Vollmond. Das ist auch der zunehmende Mond. Ja, da steht's dir hier rum. Ähm. Das ist auch der zunehmende... Ich bin verwirrt. Das ist der abnehmende Mond. Ah, das ist der abnehmende Mond. Dann ist hier der zunehmende Mond. Geht das hier weiter? Da ist hier irgendwo der Vollmond wieder. Vielleicht. Vollmond. Hm. Ich hab's verloren. Das war bestimmt falsch. Ich geh nochmal zurück. Hier verliert sich alles im Nichts. Wir nehmen mal das andere Symbol. An dem... Platz da oben. Wir nehmen mal das da drüben. Also, jetzt suche ich den zunehmenden Mond. Das ist schon der Vollmond. Das ist ja toll. Hier gibt's überhaupt nix. Andere Richtung. Das ist ein zunehmender Mond. Das ist der goldene Aal hier. Aha. Wir kennen uns aus. Da ist der Vollmond. Und da ist der abnehmende Mond. Das ist eine klare Tour hier. Dann ist dort vorn wieder der zunehmende. Da ist der Vollmond. Das passt alles wunderbar. So, und geht das hier noch weiter. Was hab ich zuletzt? Scheiße. Kurzzeitgedächtnis. Lass mich im Stich. Vollmond. Ich suche jetzt einen... Äh... Abnehmenden Mond. Das ist ein zunehmender. Das ist ein abnehmender. Dann wieder ein zunehmender. Passt. Vollmond. Also hier endet's wohl. Wir suchen hier einen Baum, wo es endet. Richtig? Folge dem natürlichen Zyklus des Mondes und so weiter, bis du das Symbol auf einem Baum erreichst. Dort findest du in den Wurzeln... Ja, das muss doch genau hier sein. Das ist doch genau richtig, wie üblich, wenn ich hier was ermittle. Da. Haha. Hm, Rarität. Ich erinnere mich nicht, wie diese Mütze in die Kollektion getroffen hat. Es muss eine späteren Änderung von Mycroft sein. Ein Yellowboy oder Guinea. Diese Mütze wurde aus der Golde gebrannt auf der Guinea-Koste der Afrika. Das war Münze Nummer 8. Versteckte solche. Dort gefunden. Sehr gut. Jetzt ist die größte Hürde auf der Karte überhaupt, den Hinweis für die Münze Nummer 9 zu finden. Da ist noch eine. Ah ja, gut. Silverton, das ist toll dort. Ich denke, hier werde ich mich mal wieder umziehen. Erstmal das Übliche. Gibt der Tolle eine Chance. Genau. Das kann auch weg da oben. Jetzt müssen wir erstmal da, also nach Norden und dann hinter dieser Kneipe links und dann wieder rechts. erstmal den Hinweis finden. Also bisher geht es deutlich besser als beim ersten Mal. Die erste Mütze mit dem scheiß Fisch, das war irgendwie, das war räudig. Ja, ich bin richtig. Ist alles größer hier, als es auf der Karte aussieht. Da ist das Symbol. Hier drinnen, in diesem Winkel, er entdeckt zuerst die Kapsel. Ah, hier. Okay. Äh, war gar nicht so. Versteckte Münze Nummer 9, der Hinweis. Von den Minen in Miners End ausgehend verlaufen Schienen bis nach Silverton. Ich habe die Münze dort versteckt, wo die Schienen auf das Meer treffen. Das dürfte ja am allereinfachsten sein. Also, von Miners End ausgehend, das ist die Mine. Ja, hier ist die Schiene, die geht hier rum. Hier macht es einen 90 Grad Winkel. Das ist totaler Blödsinn. Ist dann hier mittlerweile schon in Silverton. Und auf das Meer stößt sie eigentlich genau dort. Oder auch uneigentlich. Das hier ist, das hier unten stimmt nicht, weil da geht es ja zurück. Also, ich muss hier ein Stück nach Norden und dann den Schienen folgen. Sollte kein Problem sein für Gewirrlockhomes. Was ist denn? Oh, schau dich. Das ist echt eine gefährliche Gegend hier. Aber ihn kümmert es nicht. So, hier. Jetzt liegen es rum. Hier waren wir in Sachen Geisterjagd. Und hier muss irgendwo die Münze sein. Oh, die liegt da. Und die hat noch keiner aufgehoben. Ja, ja, ja. Ach. Unrealistisch. Doppelflorin. Interessant. Ja, das war total einfach hier. Münze Nummer 9. So. Münze Nummer 10. Ah, hier. Das bist du. Da gibt es... Ach komm, wir folgen einfach den Schienen und dann über die Brücke. Ich glaube, das ist nicht viel langsamer, als sich irgendwo in die Nähe zu beamen und von da aus herum zu irren. Das ist so ein Schwachsinn. Das ist so ein Schwachsinn. Letzte Münze. Dann haben wir den Fall durch. Sehr schön. Wir haben den Fall durch. Besser, als wir haben den Durchfall. Das war ein K-Lover, mit dem haben ganz wenig von euch gerechnet. Gebt zu. Mit dem habt ihr jetzt nicht gerechnet. Und... Gebt zu, dass er gut war. Schreibt es jetzt in die Kommentare, dass er gut war. Was der Gwirsu vor sich hin labert, wenn er irgendwie auf einer Open World so ein bisschen Schrecke zurücklegen muss. Andere Let's Player, die labern dann gar nichts oder irgendwelchen Dünnpfiff. Ich auch, aber auf andere Art und Weise. Okay. Wir sind nah dran. Hier rechts und dann... muss ich mal wieder nach dem Symbol stehen. Ja, wo ist es denn? Sie ist unfreundlich. So, so. Bin ich schon da? Ich bin schon ein Stück zu weit. Hier irgendwo. Ah, alles klar. Auch das hat zehn Jahre lang keiner weggeräumt. Das kann mir auch keiner erzählen. Versteckte Münze Nummer 10. Der Hinweis. Okay, das heißt, wir müssen uns erstmal in Schale werfen. Wir müssen jetzt hier die, höchstwahrscheinlich wieder die, ne, ja doch Leute befragen, richtig. Offiziere und so weiter. Heißt, wir nehmen, welchen Fummel? Den Fummel. Der Offiziersmütze haben wir noch gar nicht. Die hier ist aber Schwachsinn. Ne, 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 machen wir nicht. Das hier hilft noch ein bisschen. Bartmäßig hilft, glaube ich, irgendwie nix. Auch das da hilft als Offizier. Das hier. Geschmied. Liedschatten. Es ist halt da. So. Einen. Na, den da oben eigentlich fragen. Was machst du da eigentlich? Aber an die komme ich gar nicht ran. Nee, ich brauche noch einen anderen. Ich brauche hier irgendwo einen Matrosen. Denn hier muss es ja irgendwo sein. Achso, ich muss auch es festtackern, richtig? Sonst weiß er ja gar nicht, worüber er fragen soll. Beziehungsweise wonach. Immer sind Matrosen, da brauchst du eigentlich keiner da. Hier sind doch Arbeiter. Kommt hier mal einer. Hier. Schreit doch nicht an, Leute. Ja, der ist erregt. Ist egal. Entschuldigung, nur eine Frage. Ich will nicht mit dir sprechen, Herr Seelaboy. Ey, ich meine doch auch nicht dich, du Vogel. Hey, komm aus hier. Okay. Die sind gerade so zerstritten. Hey, ich kann nicht, hey. Die zählen nicht. Sind nicht ansprechbar. Da ist es hier, eine Matrose. Keiner zu sehen, ne? Das ist wie verhext. Ich laufe hier wieder links zurück. Muss doch mal einer zu sehen sein. Ne, ich laufe hier gar nicht zurück. Hier ist da gar keiner. Ich laufe links rum, dann wieder über die andere Brücke. Vielleicht kann ich ja auch hier nach jemandem fragen. Also, nach dem Ob fragen. Aber dazu müsste ich mal einen Matrosen finden. Es ist keiner mehr da. Aber ständig kommt die einem entgegen gehinkt. Aber jetzt nicht mehr. Ich gehe gleich zur Kaserne. Wenn ich da keinen finde, dann gute Nacht. Da hinten ist unsere Brücke wieder. Auch hier ist niemand, der uns entgegenkommt. Was soll ich dazu sagen? Murphy's Law, ha? Wo sind wir eigentlich? Wir sind viel zu weit weg schon. Wieder ab nach Silverton. Kann bitte der Random Passanten-Generator mal einen Matrosen ausspucken. Oh, hier. Weh, du weißt es nicht. Könntest du mir helfen? Ah, ich weiß das. Ja, ich bin hier drin. Oh, du bist der Beste. In der Evernote Street. Der Club wurde bereits vor langer Zeit aufgelöst. Der General Ridley den hiesigen Garnisons-Truppen größere Freiheiten bei der Wahl ihrer Freizeitbeschäftigung zusprach. Also, also, in der Grange Street, nordöstlich der Kreuzung mit der Evernote Street. In der Grange Street. Nordöstlich. Das ist dann ja wohl hier irgendwo. Danke. Jetzt trippen wir vor dir. Ich hoffe, es gefällt dir. Denn wir ziehen es als Schickes an. Er fühlt sich jetzt verarscht. Das ist ja gar kein Matrose. Also, gar kein Offizier. Egal. Ich habe die Info, die ich brauchte. Auch wenn es schwierig war. Nach dem Norden. Genau. Dann werden wir das doch wohl auch finden. Vielleicht muss ich mich da noch durchkämpfen. Das ist auch möglich. Wenn diese Lagerhalle jetzt, äh, einem, ein Palitenunterstupf wäre. So rein theoretisch. Hier irgendwo. Fallbar gesagt, ich muss nur einfach so den Weg finden. Beziehungsweise den Ort. Das hier hat was mit den, mit diesem Bienenstock zu tun. Lagerhalle. Hier vielleicht? Ist das eine Lagerhalle? Nee. Okay. Es ist doch schwieriger als gedacht. Am ehesten ist das hier eine Lagerhalle. Aber eigentlich. Aber doch. Ich muss schießen. Na gut, dann schieße ich halt. Nummer eins. Schade, schade, schade. Du hast es verloren. Ah, zwei, zwei. Komm schon. Äh, weh, 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 weh. Oh, gerade noch so? Don't bother moving. Du hast... Der Snuff ist bereit. Der Snuff ist bereit. Sehr gut. Oh, nee. Nicht so ein Vogel. Ich kann nicht die Party missen. Zu einfach. Wollen wir mal schauen, dass wir das im ersten Versuch schaffen. Oh, ey, die Pfote ist nicht zu treffen. Komm mal hier lang, du Rüppel. Dann kriegst du ein Dampfpeeling. Gesund für die Gesichtshaut. Zu einfach. Gib ihm den Peppersnub. Wem denn? War keiner da? Oh, doch. Ich kann es übernommen. Ich gebe dir den Peppersnub. Dein Aufritt war echt kurz. Du Angeber. Oh, nicht kreis. Du wirst leben. Bist du einfacher? Naja, ran. Der ist jetzt alles yours. Geh es. Geh es. Geh es. Oh, der ist schon wieder da. Ich brauche Peppers. Na f... Ich werde dir helfen. Ich dich auch. Und zwar genauso. Zu einfach. Weißt du, kann man dich nicht einfach so ausschalten, irgendwie? Der Schnuff ist bereit. Okay, geht das? Genau, ich muss da deine komischen Armschienen gar nicht wegballern. Oh, nicht kreis, du wirst leben. Das war's. Erster Versuch. Sehr gut. Kein Opfer. Jetzt, zurück zu der Coin. Back to the Coin. Genau. Was sagt nochmal genau der Hinweis? Der Hinweis sagt... Ich habe die Münze in der Lagerhalle versteckt. Um sie zu finden, musst du immer auf Schwarz setzen. Um sie zu finden, muss ich immer auf Schwarz setzen. Hier sind irgendwelche blutigen Schuhabdrücke. Das ist bestimmt nicht der Hinweis. Immer auf Schwarz setzen. Auf Schwarz setzen klickt nach Roulette. Also muss ich überhaupt Konzentrationsmodus benutzen? Nee, muss ich nicht. Immer auf Schwarz setzen. Ich habe im Augenblick gar keine Idee. Was kann das bedeuten? Oh, ich kann ja einen Tisch untersuchen. Letzte Seite eines Tagebuchs. Der alte Mann hat nichts mehr im Griff. Ich bin deswegen mit ein paar loyalen Männern in eine verlassene Lagerhalle in Silberton übergewechselt. Von hier aus fangen wir nochmal von vorne an. Ich brauche etwas Zeit, um alles neu zu strukturieren und mehr Männer anzuheuern. Ich glaube, den Anfang mache ich mit Big Fish und Slimy Joe. Slimy Joe. Mit ihnen kann man immer gut zusammenarbeiten. Big Han wäre auch eine Option, weil er sich gut mit Zahlen auskennt. Ich habe in einer der Kisten eine alte Münze gefunden. Vielleicht ein gutes Omen. Ich frage mich, wer sie hier verloren hat. Ah, okay. Die ist... Dann hier. Sehr gut. Münzjagdfall abgeschlossen. Ja, so macht man das, wenn man Gewirrler Combs ist. Haha. Tja. Was Minecraft einst mit auf Schwarz setzen meinte, wird uns für immer verborgen bleiben. Denn hier wurde kräftig umgeräumt. Ja, endlich mal. Endlich mal sind die Dinge zehn Jahre lang nicht stabil geblieben. Wo muss ich raus? Hier raus? Ne, warte mal. Es ist eine der... Es ist die Tür mit der Lampe oben drüber. Stimmt's? Ja. Gut. Wir sollen das Zeug wieder ins Häuschen bringen. Das machen wir. Mich beunruhigt, dass ich im Stonewood Manor schon wieder ein Ausrufezeichen habe. Du kannst mal langsam gehen, weißt du? So, und nun? Ideen? Home sweet home, Sherry. Wahrscheinlich müssen wir an diesen Münz... An das Münzalbum. Und erst mal da wieder reinsortieren. Das Münzalbum ist gar nicht mehr da. Das beunruhigt mich. Sherlock sagte, du meinst nicht meinen Raum, oder ich hoffe, du meinst nicht meinen Raum. Dann gucken wir uns mal unseren eigenen Raum an. To be or not to be, that is the question, whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune. Ja, schön und gut, aber... Wo zum Geier sind jetzt die Münzen? Was ist denn das hier? Sharp and well balanced. It would be a pity to leave such a tool behind. Hä? Was ist das? Moment, also eins nach dem anderen. Habe ich hier irgendwo das Münzalbum? Nee, das sah doch anders aus. Es ist irgendwie weg. Jetzt ist es weg. Es ist nicht hier drin. Und das hier wundert mich. Sharp and well balanced. It would be a pity to leave such a tool behind. Ja, dann nimm's doch mit, wenn das a pity wäre. Sharp and well balanced. It would be a pity to leave such a tool behind. Äh. This time I was first to pick beds. This one's mine now. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Also, ich sehe hier nichts. Dann bleibt ja nur der Raum der Mutter übrig. Aber warum sollte man's da reintun? Schach. Bisher war's doch immer so, dass alle Dinge, die wir so gefunden hatten oder die in Felden eine Rolle spielten, dass sie dann irgendwo zu sehen waren. Aber das Münzalbum ist jetzt irgendwie weg. Das Münzalbum ist aber sowas von weg. Und damit meine ich, dass es gar nicht weg ist, sondern dass es irgendwo liegt, wo ich's einfach nicht finde. Ja, ich durchsuche nochmal jeden Winkel. Vielleicht entdecke ich's ja doch noch. Er spielt Gitarre. Komm schon, sing mit mir, Sherry. Der Brief lag auf dem Schreibtisch, wo auch das Münzalbum lag. Und wir haben ja zu jedem Fall, den wir lösen, irgendeine Kleinigkeit dann hier im Haus neu. Sei es ein Plakat oder wie hier im Fall von Goliath, hier dieser elefantenförmige Ballon. Beziehungsweise drin dann die Plakate und die Lupe von dieser einen Schatzsuche und so weiter und so fort. Und irgendwo sind vielleicht auch die Münzen, vielleicht sind die Münzen auch in einem Zimmer, zu dem wir noch keinen Zutritt haben. Auch das ist möglich. Aber da ich jetzt im Moment nichts mehr gefunden habe, mache ich hier Schluss. Ich kann mir auch das Ausrufezeichen gerade nicht erklären. Das hängt vielleicht ja doch noch mit diesem Seemann zusammen, wer weiß. Das heißt, wir haben jetzt im Augenblick nur den Fall Muse aus der Ferne. Den müssen wir angehen. Etwas anderes finde ich nicht. Wir gucken nochmal die Karte durch. Ist noch irgendwo ein Symbol? Polizeiwache nix, Zeitungsverlag nix, Rathaus nix und auch sonst nirgendwo etwas, wo ein Fall angekündigt würde oder ein nochmaliger Versuch, äh Besuch. Nö. Deswegen denke ich, wir machen weiter mit der Hauptgeschichte, also dem Fall Muse in der Ferne, aus der Ferne oder wie es auch immer heißt. Aus der Ferne, genau. Mit Muse und einer Muse aus der Ferne geht es deswegen weiter im nächsten Teil. Bis dahin. 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 Bis dahin.